Hey meine Kartoffelfreunde, wie ihr alle mitbekommen habt, sind wir bis jetzt 100 Abonnenten, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich wollte mich einmal bei allen von euch bedanken für eure Unterstützung und alles mögliche, was ihr für mich getan habt und wollte mich da einfach mal mit einem kleinen Best-of von meinen ganzen Videos bedanken. Und ja, ich werde keine speziellen Spiele oder so, sondern einfach alles, was ich gemacht habe auf meinem Kanal, einfach alles zusammenschneiden, was witzig war, was cool war, alles irgendwie, irgendwo, wo es einfach passt. Und ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Mal, genießt es einfach. Bis dann! Darf ich? Ja. Nackt, zerhackt und angekackt. Ja! Beide! Beide! Da kommt einer links tot. Und du wirfst ihm noch ein Schwer zu. Das sah ganz voll witzig aus. Oh Mann, immer diese verfickten Teams, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Mann! Du, ich auch an... Ich muss auch passen, dass ich nicht nur auf deinen Namen achte, mich, ey. Ja, warte mal. Geh mal weg! Ich schaff's! Was habt ihr gemacht, ey? Ich schreie zu vorne! Ja, Huhe! Nein! Ey, Hurensohn hat sie! Lauf! Digga, warum... Ich hab nur ne Hand! Glaub nicht so weit weg! Scheiße! Scheiße! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, ich hab mich schon voll erschrocken! Ich hab mich nur erschrocken, weil du dich erschrocken! Okay, okay, okay! Den Wald! Den Wald licht aus und den Wald rein. Ich hab mich nicht... Ich hab mich... Ich hab mich... ... weil du dich erschrocken, ey. Okay, hier sind wir wieder. Ich hab mich einfach nur erschrocken. The Wall... Wall City. Wallsdorf. Das ist ja aber schön, hier. Wallsdorf. Das ist schön! Der war ja gar nicht mal so schlecht. Kann man lachen, oder? Ja, dafür, dass er von dir kam, war der echt gut. Jaaaa! Der Nils auf der langen Reise ins Nirgendwo. Genau. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir jemanden schon schuldig sind. Ey, das sieht von hier oben voll geil aus, wie du durch die Wälder ranst. Stopp! Stopp! Ey, du hast da was im Gesicht! Du... Dreigänger! Hund! Au! Mann! Oh, what the heck! Ach, das ist Team... Oh Gott! Ja, ich war in Team Survival Games. Gut, Marcel. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Scheiße! 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 Tür! Tür! Tür, geh auf! Brenn! Ich bin das Fleischstück. Ich bin ein Juni. Ja, mach das mal. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Verpiss dich! Meine Küche! Volles Leben! Aber wir hauen uns erstmal die volle Dröhnung Drogen rein. Erste Hilfe Koffer ballert ja so die Rübe weg, ne? Ich booste dich jetzt gleich. Ready for boost in 3, 2, 1... Mach einfach! Ich will in dein Herz! Los! Ich hab dich nicht erwischt! Du bist zu weit! Du bist zu weit! Du bist zu weit! Du bist zu weit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Oh fuck! Was ist das? Weg! Lauf! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Sie ist da drin! Ja! Guck mal! Waxi! Guck mal! Lass dich in Ruhe! Oh! So Leute! Das war mein Best of von allen bisherigen Videos! Ich hoffe es hat euch gefallen! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal! Wenn es wieder heißt Schichtunterhaltung und Kartoffeln! Und Kartoffeln!